Ein wunderschönen Untertitel aufs Neuen Folge, Ramos the Speech mit Dalu, Alex, Capuzo und dem Sachsen. Hallo, 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 guck, guck. Ich geh zum Weihnachtsmarkt. Ein richtiger Komiker. Glaubt's gar nicht, was unser Sachse immer für Witze erzählt offline. Der Sachse. Laufhaus leider. Nein, aber wirklich, aber lustig sind die. Ich hab die letztens auf der Familienfeier erzählt, alle haben glacht, wunderbar am sich interessiert. Und wir haben gesagt, woher kennst du solche Witze? Ja, ein guter Freund von mir. Vom Sachsen, hast du denn gesagt? Vom Sachsen, hab ich gesagt, ja. Der hat uns die frisch aus dem Osten gebracht. Also in Österreich hast du einen großen Stellenwert, die Sachse, genau. Krass. Hab ich's gefunden. Capuzo hat das Team gefunden. Der Capuzo. Das ist aber, das ist auch wirklich ein Liebeskernchen, dieser. Was sind sie denn? Äh, Museum. Okay, der hat ja nicht so Bock, Brunen zu handen. Mira Fenster. Ja, ist ein gutes Fenster. Beide. Aber jetzt ist die letzten zwei. Ist aber nicht gesehen, ne? Ähm, er ist diese, die Frau, Ela? Ah, Kapkan. Okay, Kapkan. Ich hab ihn noch gespottet. Meine Drone ist draufgegangen, deswegen. Kapkan, Kapkan. Oh, Kapkan ist halt super nervig inzwischen, ne? Weil man's nicht mehr sieht. Na gut, ist ja dann dementsprechend die Stärke von dem Typen. Pass auf Alex, nicht, dass du deine neue Frisur bekommst. Ist das jetzt oben? Nee, ist das hier oben. Äh, wo ist der Kunde dran? Da. Okay. Äh, kannst du hier aufmachen, Capuzo? Hast du's breaches? Nee, glaub ich nicht, sorry. Kunde dran, du? Der Kunde ist Thermite. Ich hab nur die Thermite-Dinge. Dann müssen wir durchs Fenster wohl durch, ne? Oh, die facken wir das. Ich kann das natürlich trotzdem machen. Einer hinterm linken Mirror-Fenster weg. Das linke Mirror-Fenster ist momentan nicht besetzt. Es sind drei Leute drin. Ja. Geht da hin. Gut, ihr könnt rein. Ja? Ah, ihr könnt runter. Reiße, sagst du, du lasst da nicht hin, sonst kann ich nicht schießen. Das linke Mirror-Fenster ist wieder besetzt. Hier kann man einfach runterspringen. Ach, da ist einer. Ja, ja, pass auf. Komm rum. Da ist ein Webel. Er ist abgehauen. Nach unten. Einer läuft ganz runter. Einer läuft ganz runter. Hier rufen wir an. Ich lass mal kommen. Mira ist immer noch an ihrem Fenster. An welchem Fenster? Das ist Leute, das ist Leute. Unten an der Derbe-Derbe. An dem linken Fenster. Ela beschäftigt sich gerade mehr mit ihrem Gedöns. Ela sitzt in dem Zug. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab's gemerkt. Ich bin abgehauen. Äh, nee. Also Ela sitzt da am Wannzug drin. Treppe runter. Ähm. Direkt die Treppe in. Kann er den Dropper oben aufmachen oder nicht? Nee. Gunnar ist tot. Ich kann nur füsen. Aber der ist ja verstärkt also. Der ist verstärkt. Der ist verstärkt. Du kannst doch durch die Decke füsen, oder? Ja, ja, kann ich. Wenn ihr die nicht komplett kaputt macht vorher. Wir können einfach die Decke komplett aufreißen hier oben. Ja. Lass doch die Füsen. Ich rufe das Füsen erst mal machen. Einer hochkommen. Das sind zwei Leute im Wannzug drin. Könnt ihr noch mehr aussprengen hier? Der ist ja noch voll. Die Leute sind alle aus dem Wannzug raus. Ähm. Könnt ihr noch ein bisschen die Decken hier aufsprengen? Du bist alleine fast oben. Wir sind tot. Beide in dem langen Gang gestorben. Wir müssen übrigens runter. Ich hab ihn ehrlich. Fünf Sekunden. Zehn. Haben wir noch 10er Fehler? Da hinten ist es leider. Ja. Die Zeit. Und das sieht man nicht so viel eigentlich auf der NS. Wir müssen halt rein. Ach man. Slow boy. Um. Such. So. In die Zigarrenlounge. Das klingt ja edel. Hm. Uiuiuiui. Bahnmuseum. Was hier alles gibt. Du kannst es mal sehen ey. Macht einer oben zu? Ja ja. Sehr sinnvoller wenn wir Romain stationieren. Ja muss auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall eine Twitch Drohne. Die daneben geschossen hat. Alter. Noch eine Drohne. Ich hab noch zwei Wände. Alle expedient. Kannst machen. Ich hab noch eine Westling. Wir brauchen noch eine Westling. Wir brauchen noch eine Westling. Die muss ich halt nochmal neu machen hier. Ja. Habs gesehen. Na ja. Da hast du ja schon gemacht. Ich hab noch eine Warn. Hierzu einfach. Hierzu wird mich geschossen gegangen. Boah ich hab jetzt mich besessen. Oh hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir. Oh das Fenster. Scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Eier her. Yes. Das Fenster im Nebenraum wird geöffnet. Das Fenster da hinten. Das Fenster da hinten. Das Fenster da hinten. Komm viele bei dir Dalu Ich hab hier Ich hab hier eine Waffe gesehen, wird wahrscheinlich gleich reingekommen Twitch-Runde, Twitch-Runde ist drin Alex die musst du sehen am Boden Treff die... Ja Fenster ist offen Das ist jetzt schlecht Wenn du da runter stehen bleibst und treffst du gleich Achtung die können jetzt von hier aus in euren Raum schießen, von uns in den Raum Wunder, der könnte dich vielleicht sehen Oh nein, über uns Dalu über uns geht auf Ne, da ist nix offen, die haben nur den Boden Nein, da ist nix offen, die haben nur den Boden Nein, da ist nix offen, die haben nur den Boden Nein, da ist nix offen, die haben nur den Boden Nein, da ist nix offen, ich werde nur beschossen von oben Ja, offen ist das halt nicht, das ist halt Ja Nein, ich weiß, was du meinst, aber echt Weißt du, der ist im Nebenraum schon Nebenan ist einer drin, Kapuze gerade eben, da wo wir waren Ja Hab nicht getroffen, das war dann im Raum Denkt er, der hat n Loch Oh, da ist n Loch Schiff Ist aber grad sehr viel Panik am Heim, Alter Balu, kriegst du die von oben? Ja Die machen uns voll platt hier unten gerade das von oben Der ist einfach in den Raum reingelaufen bei uns übrigens Da ist gar keiner, oder? Der ist über das Schild drüber gesprungen und Nee, das ist einfach Oben war ja keiner Ja, von oben wurde ich geschossen, getötet War der Dropper auf? Das hab ich nicht gesehen, also alle Türen zu dem Raum waren noch zu Ja, dropper und dropper Hä, wo sind die denn da weggekommen so schnell? Oder haben die durchs Fenster? Was? Durchs Fenster durch die Decke nach unten Ich wurde nämlich von oben erschossen Und wir haben oben auch einen gehabt Ja, ja, ich glaub, ich hab auch das Omen Aber ich hab ihn nicht gesehen Aber ich glaub, so Schämen und Schatten hab ich gesehen, gell Ich hab auch Schämen und Schatten gesehen Ist so schämenhafte Sachen-Dings hier halt Da war oben Er hat's gespuckt im Daumen Ja Da hat's noch nichts Ich hab das gesehen Der Raum ist halt, oh kacka Mit der Dage Der Raum war scheiße, das stimmt Finde ich, der ist sehr tricky Weil da kannst du von Die zwei Räume sind so knapp nebeneinander Das ist überall rein Da zieht's Muss man nur gut heizen Es müsste so'n Operator geben, der eine Matte auslegen kann Dass da der Boden nicht zerstört werden kann Oder nur mit zwei mal Da sind fünfmal fünf Meter oder sowas Dass wir halt gezielt aus dem Ganzen hin Ja, 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 gut aber das So wie ein Job ungefähr Von der Größte Oben, ne? Ja Weihnachtsbäum. Wow lol. Bitch. Ach komm. Eku. Eku ist aber echt gut. Ach fuck ey. Nur weil man da nicht hinter kann. Das Schild ist echt gut platziert geworden. Rappel, 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 rappel. So, jetzt muss man Lucky Punch haben. Sonst sind wir tot. Dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Alles cool, alles gut. Oh, ein Leck. Okay, passt. Hab schon grad, ich bin tot gewesen ey. Okay. Ich hab keinen gesehen bis jetzt hier. Kann jemand das hier aufmachen? Den Gopper? Zur Treppe? Ja, ich könnte ihn aufmachen. Mach mal auf. Und pass auf, dass du nicht in die Luft gesprengt wirst. Ja, Fiole. Ich hab die Spur zuerst getroffen. Passt schon. Äh, der Blitz von... Äh, Quatsch. Der, der, der... Äh. Wie toll ist der? Der Elektro-Typ. Ja, das wissen wir. Ja, das wissen wir. Ja, das wissen wir. Genau, jetzt. Fünf Prozent. Liegt am Fenster. Ja, ich seh da viele Fußspuren hier drin. Der Kopf sieht geil aus, wie sie da liegt ey. Carreira? Ja. Soll ich? Ich hab noch ne Drohne. Hast du was gesehen da, Alu? Ne, nicht einen. Ich geh mal kurz mit der Drohne rein und guck. Geh dann rein, ne? Äh, meine Drohne ist durchs Fenster auf die andere Seite geflogen. Ja, da ist er. Warte, 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 warte. Mach unter denen die fiese durch. Ne. Ja, 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 jetzt. Links ist die Tür auf. Ist aber keiner da. Boah, hat mich. Aber, äh... Okay, generell sauber. In dem Raum ist halt, da ist ein paar Leute drin. Links ist nach oben. Kann ich von hier? Ne, da ist nichts. Da, oder? Du bist zu weit, er ist zu weit unten. Ah, okay. Wir hatten seine Kamera im Zigarrenraum. Wir müssen... Zwei sind auf jeden Fall im Raum, die anderen zwei gerade. Schön. Boah, den hätte ich haben können. Noch einer im Raum. Im Raum, ja, ist der letzte. Letzte. Boah, was für ein Zugriff. Wir waren überfordert. Und Alex, wie schnell. Didi Ubi schreibt da, ne? Kannst du aber auch sagen, Sachse. Was? Er hat geschrieben, Didi Ubi. Was so viel heißt, wie Ubi ist auf der Scheiße gebaut, aber... Naja. Vielleicht ist irgendwas für die nicht aufgewiesen oder so. Who killing me through the wall? Küche? Ne unten. Oder was? Alles außer dem Scheiß-Bahnmuseum, bitte. Ja, das ist nochmal Küche. War so ein... Keine Ahnung, was... Warte mal, was haben wir jetzt? Secure Area. Okay, das ist in Ordnung. Bei Bombe wäre es nämlich der Tod gewesen für uns. Ehe, ungespielt auch. Welch ist nicht mehr erlaubt. So, wie verteidigen wir die Küche? Haupttür muss angesagt werden, wenn sie aufgeht. Für den Biohazard Detainer, secure dator. Er, leg gewesen. Er legst nicht wieder auf. Da hat die Droppe oben zu, oder? Ähm... Da hinten ist, können wir die in die Droppe reinfallen lassen. Das ist ja nur... Das ist ein Nebenraum nur. Da nicht, Capuzza. Stimmt. Lieber hier die Wände. so also ich weiß haupt hierzu denkt alles ansagen kann man irgendwas hinpacken kein höheres schild die fährt in der ich habe auch einer ich habe ja trotzdem witzig da sieht immer noch mein kopf das ist echt scheiße fenster ist auf nebenan sind sie auch schon drin so da ist die tür ok sagt folgt mir also da muss nur sagen wenn die tür aufgeht oder wenn ein schlitz drin ist halt dass sie gucken können die schweißen irgendwo da habe ich habe geschweißt ein habe ich achtung sagt er könnte ich sehen hätte ich aber nicht gesehen ist gut wird einfach nur pfeiert noch einer muffin raum er macht jetzt hier auf achtung habe ein bisschen verhindert aber wird nichts mehr bringt nichts schade muffin raum eingang low hebt mich nicht auf wir nutzen wir als bait er pusht mich jetzt weil ich weggekommen bin ok er hat noch 70 prozent muffin raum war das die bahner ja die drohne kaputt gemacht wird sie auch an die maffen oder das kaputze der rum tänzelt ok aber ich muss die ganze aber ich schätze mich still hier hinten kommt da rein ist schon drin ok da ist noch einmal eine nadel in der tür der fleischeraum ist auch komplett zugemacht er kann gar nicht raus er muss durch die tür kommen wir können auf die tür kommen das glaube ich noch kommt man tratten die küche hinten links verlassen einfach geradeaus jetzt schon weg da wäre schon weg jetzt ist meine nadel aufrecht er kann der muster rein rennen ja ne chillt doch meine nadeln liegen sogar noch lol hab ich nicht erwischt er hat sich selber gesprengt vielleicht weil die nadel ihn da abgelenkt hat er ist nämlich reingelaufen er hat er jetzt gegen die tür gerufen ich hab ihn hier angeschossen und dann hat er sich halt die nächste level sagt er ich hab jetzt wenigstens mit dem morgen war es überhaupt der gleiche ich weiß es nicht next level strats do you know the muffin one das war schön verteidigt weihnachtsmarkt ja als erstes trinken einen guten punch männer und dann beginnt der dienst die werden jetzt auch küche sein oder bei meiner sondereinheit du wirst befördert schon mal ich werde befördert wo haben die gewonnen train diplom kriegst noch dazu train haben sie gewonnen oder angriff oder den angriff haben sie auch gewonnen also eh mal train verteidigen und eh mal train gewonnen äh angriff da ist schon ganz oben ein weihnachtsbaum oder Stimmt, da haben wir den Angriff geschafft. Diesmal haben sie auch verstärkt. Der ist ziemlich doof. Da gibt es viel zu verstecken. Wir sind halt wieder oben übers Glas rein eigentlich. Haben wir uns gesehen? Nur dann ohne dass ich sterbe vielleicht. Ich glaube, willst du den Dropper schon wieder aufmachen dann gleich? Ich habe nicht die Klasse. Aber wir haben Lion. Wir haben Lion. Du kannst direkt aufmachen, wenn du willst. Nee, das war wieder in Sachsen nicht. So. Okay, unten sieht es genauso aus wie vorher. Also den Dropper kann auf jeden Fall wieder aufmachen. Mach dir mal den Dropper auf oder sagst du? Ja, nix. Wer ist denn? Also Kunran, wer kann denn den Dropper aufmachen? Kunran, Alex du kannst den auch. Ja, aber die Dinger brauchen wir nachher um von hinten zu kommen. Ich bin der einzige der Blütes hat. Kann ich den nicht aufschießen? Kann ich den Dropper aufschießen? Nee, geht nicht. Läuft. Haben wir das reingebaut? Ich bin Glas. Der krasseste Dude, den du kennst. Hä? Wann geht das denn? Ich will keinen Dropper aufschießen. Das ist aber neuer. Okay. Wie macht man das? Ich habe kein Draht von innen angebracht auf der großen Tür. Ja, bei mir auch. Und wie es aussieht, ist hier in dem Raum wieder keiner drin. Also, wie gerade. So, wir müssen uns beilen, ne? Das kommt noch mal los. Ist der Strom? Nee, ist kein Strom. Dadurch würde ich hier neben dir aufmachen. Also, seit dem Dings habe ich Strom weggemacht. Ja, nur auf der linken Seite halt noch nicht. Dadurch mache ich hier neben auf. Alles gut. Na klar, dass die da kommt. Irgendwann. Ja. Ja. Ah, sehr schön. Ich habe einen gedownt. Oh, ne. Das war der Assist. Full flashed. Zweimal. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Bei mir ist Gas. Weiße, das war echt nicht gut. Also, ich hatte Gnadeln in der Zeit drin. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hast du ne Clay-Modaloo? Schon weg. Ah, nice. Hinter mir? Ja. Kondon. Da, da ist er mit dir. Da, 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 da. Langer Gang. Langer Gang. Langer Gang. Kondon. Kondon. Da, 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 da. Langer Gang. Close. Sagst du nicht erschrecken? Okay. Ich glaube auch nicht, Kondon, dass er dir zugeguckt hat, weil das war mein Call. Also, der waren beide bei mir. Und Kondon war nicht in meiner Nähe. Der liegt da einfach. Ähm, ich war mir sicher, dass das der Kondon war. Kondon, du warst doch in den kleinen Raum neben den langen Gang, oder? Du warst doch da drin. Also, ich war im, im Tiefkühlraum war ich. Also, der lange Gang war hinter einer Wand, die man nicht kaputt machen konnte. Ähm, ich rede, Daniel, ich rede von dem langen Gang, wo wir vorher gestorben sind. Zweimal. Ja, genau. Da bin ich ja, waren ja auch beide Gegner und haben mich erschossen. Wohin? Ja, aber nee, nee. Auch Zigaretten. Du warst nicht in diesem Nebenraum, oder? Da war doch Kondon drin. Ja. Aber dazwischen ist eine Wand. Richtig. Aber ich wollte ihm nur sagen, dass er gerade hinten... Ja, aber so euphorisch, wie du das gesagt hast, war so ein Kondon-Kneider abgestiegen. Weil ich so close war. Ich hab ja nicht gesehen, wo er war. Ich hab nur seinen Umriss gesehen. Und das... Und den Gegner hab ich getrackt gehabt. Habt ihr von Laien, wo die immer alle sichtbar waren, habt ihr auch gesehen? Einen hab ich gesehen, den habt ihr auch abgeschossen. Ich hab keinen gesehen. Ich hab drei Stücke gesehen. Ja, vielleicht war für mich... Ich hab mich natürlich auf den konzentriert, den ich gesehen hab. Warte mal. Da nicht verstärken hier, wo ich jetzt gegen schlage in die Wand. Also nur die eine Wand nicht. Okay, ja, ja, okay. Und dann danach weggehen. Ich werfe jetzt hier hin. Ja, warte, warte. Fertig? Ja. Ja, ich bin da durch. Ah, es hat gereicht. Ah, sie haben's gesehen leider. Die Drohne war genau im Türklager. Kondon, machst du hier zu? Wir müssen eigentlich nur die Hörne halten, ne? Wo wir jetzt sind. Das hab ich gerade schon versucht. Die sind hier nicht reingekommen. Das ist gut. Alex soll ich zumachen? Nein, nein, die haben das Fenster nie benutzt. Alex zumachen hier, ne? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Hier müssen wir nichts machen. Ich hab noch eine Mauer. Eine Wand. Brauchst du? Ne, ich brauch keine Wände. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Aber da liegt. Na, Hutz, geh da weg bitte. Oh, vor dem Fenster. Da, irgendwie. Ja, close. Close, mit Fenster, Alex links. Bist du sicher, ich hab Hutz, ja, ne? Ja, ja. Aber da drin sind die halt. Ja, ich wurde von oben vom Fenster gedownt. Ist doch nicht rein, ne? Also, noch nichts drin. Ja, aber es ist alles offen nach hinten, ne? Einer muss halt im Kühlregal bleiben. Haben aufgeschweißt die Wand hier. Also, nicht komplett, sondern nur Kugloch. Nicht zur Tür gehen. Kapuze, nicht dahin. Nicht dahin. Der kann von oben nicht sehen. Du hast alles im Blick. Ich muss in den Kühlraum. Ja, da musst du nicht hingucken. Nein. Du sollst decken. Nicht in den Kühlraum nicht reinstellen. Ja, weil ich wollte die Tür hier decken. Brauchst du doch nicht. Da, du. Okay. Also, wo ist der denn? Dann decke ich hier. Ja, genau. Einfach eine Kunde, dass der... Welche Tür soll ich decken? Ja, nur, dass er da nicht rein springt, genau. Von wo? Ich hab's nicht gesehen, leider. Ja, das war das... Wahrscheinlich Fenster irgendwo. Draußen, ja. Draußen vom Fenster rein. Und ich hab ihn gesehen und dachte mir... Ja, hier schielt mir zu viel aus. Wohl, der könnte aber flach da reinschießen gerade. Ja. Das ist ein bisschen tief. Oh leu. Fenster! Oh, das hab ich gar nicht bedacht. Ich hab so schön auf den Tretten Nadeln gelegt. Ja, genau da. Lichterfenster, gerade langer Gang durch. Das ist auch noch ein Fenster, sagst du. Achso. Nicht bewegen. Einer kommt durchs Kühlhaus. Auch noch. Jupp. Da ist alles auf jetzt. Langer Gang jetzt, sagt sie. Komm. Unkleiner. Wow. Oder auch nicht. Das war der mit dem Schild. Ja, ja. Mira Fenster über dir. Da sieht dich. Oder auch nicht. Kannst du den Raum? Der ist viel zu offen. Nein. Vielleicht für viele kein Problem, aber mich stresst sowas. Der hat das gar nicht gecheckt, ey. Guck mal. Der hat grad sein Maid ist dagegen. Bei mir hab ich gar nicht auf ihn gesch... Also im K-Screen hab ich gar nicht auf ihn geschossen. Ja, verteilt. Stimmt. Da müssen wir den Naum mal verteiltchen. Ja. Das muss man eh nochmal alles machen. Ja, wollen wir da nicht hin schnaufen? Wo... 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 Scheiße. Was war das gerade für ein Ding? Küche war am besten. Boah... Ich find den Raum oben zu verteidigen eigentlich ganz geil. Also weil du hast halt wirklich keine... Du hast halt keine Möglichkeit durchs Dach zu kommen. Du kannst nur die vorgefertigten drei Wege nehmen. Du bist halt geforced. Äh... Ne? Da gibt's keine Möglichkeiten. Jeder muss gleich spielen. Außer halt Fenster noch, ne? Aber... Gut. Ich glaub Küche fand ich auch am besten. So, das gleiche wie gerade eben halt. Eine Wand will noch für die... Für die Schweine Sache da hinten aufheben. Ich hab noch eine. Wo soll ich hinten? Ja. Links neben mir. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Komm einmal noch. Ja. Kannst du zumachen Kunnan? Ja. Ich hab auch noch eine Wand. Dann mach ich einfach noch den hier. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Alex hier auf. Was denn? Ich hab noch eine Wand. Und ich hab noch nicht auf den Schlager. Achtung. Hier ist aufgegangen schon. Denkt an, die können euch abschießen, wenn die ... durch die Wand schießen. Achso. Kamera drin. wow das ist interessant ich bin das ans fenster einfach angehen nah ran ans fenster weiter nach rechts kapuze einer ist in der bärenfalle gelaufen oder ja lass ihn da liegen die liegt unter dem fenster das ist ein guter bait lass ihn liegen und wann es gar nicht killen erst wenn er aufgehoben wird wo kann ich hier durchschießen du kannst links durch die wand schießen rein todig gesehen aber du solltest da jetzt nicht gucken weil jetzt kannst du ja zuerst auf blackbeard nicht auf den gedauern habe ich glaube es nicht ich habe einen ok ok hast du gedauern ich glaube nicht ja das ist sehr gut dann einer ist in meine guße gelaufen langer gang vor mir kapuze töte sie ja weil sie foilt ja ich hab's schon ich hab ich hab ich hab's bleib an dem fenster hinter mir wird aufgemacht hier die flur whatever das hier aufmacht du musst das von überall selbst sein kaput sein würde ich also außer von fenster links ja die ist im muffin ok dann kommt der gleich kapuze links von dir ah da wo kann Dalu grad hin rennt bravo ne ich bleib schon hier stehen die wird hier nicht hinkommen ne ne die ist rumgerannt oder also die muss entweder ganz raus gegangen dann könnte sie bei dir kommen kapuze am fenster linkes fenster hier oder hier ja links ja am fenster hier das fenster was nach draußen geht achso das meinst du da könnte sie auch kommen geht schon gut Dalu das habe ich kommt anscheinend aber mit dem Sack er ist vorhin ins haupteingang reingerannt der wilde Dachse der wilde oder kommt es von links ne von rechts ok also sie ist komplett außen rum gelaufen läuft ja er ist Conan heute ist er Sachse krass an dir er war ein Sachse Detektiv aber das ist gut ach ne das ist nicht gut soll ich sie sich kümmern nie wieder zum Griechskillmarkt freut ihr schon auf Train im Bahnmuseum ja die werden im Bahnmuseum gehen weil sie da gewonnen haben das fand ich schrecklich ja wenn ich nicht sterbe wir müssen halt oben komplett die Decke aufmachen genau und die Decke komplett aufreißen also wir müssen eigentlich alle oben rein vor allem wenn der Dropper offen ist können wir da halt dann auch reingehen ja ja Conan dann versuchen wir nicht immer die Kugel zu fangen richtig richtig ich muss sie halt richtig fangen und nicht so mit dem Körper ich muss sie mit den F-10 wer hat es gefunden wer hat es gefunden Na Eklon mit uns der schöne Jones ja das holen wir uns das Bahnmuseum Lass mal die Drohnen nach oben mit nicht förderlichem Verhalten gesperrt Drohnen nach oben holen wir müssen ja nicht wissen was da unten ist wir müssen ja nur wissen was da unten ist wir müssen ja nur wissen was da oben ist nein er hat es noch bekommen es gehen drei Leute hoch anscheinend es gehen drei Leute hoch anscheinend was macht er denn da wer hat nämlich gleichzeitig gepinkt komm schon jawoll nein sehr gut meine Drohne ist wieder im Waggon das ist echt super ich geh nach oben mit der Drohne ja oben ist auf jeden Fall einer es sind zwei oben zwei fallen Steps her ja einer ist in der Toilette das ist Kavera da müssen wir aufpassen man kann grad nix machen ich ping sie mal damit sie abhaut die bewegt sich nicht doch jetzt okay es sind drei oben jetzt bin ich wieder da ah sie hat die Drohne gesehen schade macht dann vielleicht einfach mehr Sinn unten reißen wobei dann können sie uns von oben holen weil wir hier drin sind ja von oben können sie uns holen ja auf der anderen Seite können die den Trooper nicht aufmachen aber sie können halt durch das Holz durchs Holz durchschießen hier sitzt einer direkt im Zigarrenraum ich hab nur einen Fuß gesehen soll ich ihn anrufen sehen nein der wird sie nicht bewegen ich sehe ihn aber auch nicht mehr doch ich sehe ihn noch scheine nein lass uns noch mal nicht schießen manchmal sehe ich so einen C was wollte ich glaub der ist immer noch im Zigarrenraum also ich hab ihn nur kurz ich geh mal rein Drohne ne nicht hinterm Tresen nicht hinterm Tresen nicht in der Kammer auch nicht hinter dem kleinen Tresen bei euch 1,30 ihr könnt theoretisch da rein wo ihr der eine der am Fenster war meine ich der kann rein springen hallo du bist nicht in Deckung ja ja aber da ist niemand ich würde reingehen ja ich bin oben drin ich auch ich rufe mal an ich rufe mal an habe ich oh Gott ich oh wow Gonda ich bin down heb Alex auf oder mach zuerst auf mach zuerst auf ist safe na gut ok so ist es gut eine Minute warte mal kannst du das auch machen wenn du tot bist ach ne jetzt bist du gar nicht mehr ne kurz bevor er stirbt du musst nur drücken mehr musst du niemanden also ok mach ich rufe nochmal an sorry Dalo einer ist links von mir ja hinterm Zug noch einer im Raum ja oh lol da hat der Sachse den Arsch gerettet Dalo weg Dalo schau mal nach Kameras und jetzt wo ist der letzte wir können rein hier rein ihr müsst rein ich seh den letzten sogar ähm hier markiert au vor mir vor mir vor mir vor mir vor mir er ist nicht drin da ist Strom ja sagt er jetzt von rechts Kamin ja ok sick sick das ist krass wenn die keine Stabs mehr macht ne nicht so stark damit die macht keine Stabs ne die kann jetzt aktivieren das ist leicht deswegen war die so schnell jetzt da und dass wir sie gehört haben hast du sie gesehen durch meine Kamera Dalo äh also sie markiert dann durch ja ja ok das war noch schön zu Ende gespielt ich habe interessanterweise ich glaube keine Minuspunkte für den Killern Dalo bekommen weil es irgendwie zeitgleich mit dem anderen war aber das war eine weitere Folge oder ein letzter wenn es euch gefallen hat das dann like da ja und wir sehen uns nächstes mal wieder haut rein bis 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 zum nächsten Mal.